Hallo, herzlich willkommen bei Dr.Lib. Ich bin der Edis und ich möchte gerne euch heute das Product Support Team vorstellen. Unser Ziel ist, medizinische Fachkräfte und Ärzte bei telefonischen und schriftlichen Anfragen zu unterstützen. Das machen wir, damit sie unser Produkt im vollen Umfang nutzen können. Zum Beispiel bearbeiten wir Anfragen wie Kalender und Profileinstellungen sowie komplexere technische Anliegen. Außerdem Spaß an der Arbeit ist uns sehr wichtig und deshalb planen wir regelmäßig Team-Events. Zum Beispiel hatten wir sehr viel Spaß in unserem letzten Bowling-Event. Bist du zuverlässig, technisch affin und bringst Erfahrung im telefonischen Kundenservice mit, hast Spaß mit Kunden zusammenzuarbeiten, dann bewirb dich jetzt und revolutioniere das Gesundheitssystem mit uns. Ami»,-Event.